hallo willkommen auf dem youtube kanal rund den neuen ford focus mk4 im heutigen video geht es um ein gadget für alle hobby schrauber und die die es werden wollen um gewisse reparaturen oder diagnose im auto selbst durchzuführen falls euch soll schon andere themen interessieren abonniert meinen kanal es ist komplett kostenlos normalerweise mache ich meine änderungen oder lese das auto aus mit forsken software die forsken software ist speziell für ford mazda und lincoln ja geschrieben und hat man jetzt ein zweites auto von einer anderen marke ja funktioniert die forsken software natürlich nicht dort muss mich dann noch mal neu einlesen schauen welche software brauche ich welchen adapter brauche ich und 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 ja hier kommt ein gadget zu hilfe muka cs6 das ist das gerät hier das ja im prinzip alle automarken abdeckt und uns somit das auslesen des autos vereinfacht egal ob es jetzt fort ist mazda bmw mercedes audi wie sie alle heißen damit kann man also die autos auslesen eine diagnose durchführen und man kann auch wartung und service an den autos machen ohne sich jetzt speziell mit einer software zu beschäftigen zu beschäftigen welchen adapter brauche ich welcher adapter ist gut welcher ist schlecht und das kann alles dieses gerät hier das zeige ich euch jetzt mal gleich kommt also in so eine verpackung daher nennt sich dann im detail cs6 weil er halt sechs verschiedene services unterstützt mit einer kurzanleitung kommt das ganze daher braucht man eigentlich nicht und mit einem usb kabel usb kabel wieso wir können hier verschiedene sachen drauf speichern die wir dann an den pc übertragen können wir können aber auch über den usb anschluss der befindet sich hier das ganze zu hause mit stromversorgung und können dann zu hause mit dem gerät natürlich auch arbeiten also zum beispiel ein software update durchführen oder halt dateien hin und her schicken und 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 deshalb ich zeige euch jetzt mal dieses kleine tolle gerät was es denn kann ganz ganz schnell sonst so das video viel viel zu langweil einfach viel zu viele informationen ich euch hier mitgeben müsste also als allererstes wie immer das gerät mit wlan zu hause am besten verbinden und alle updates durchführen ich gehe jetzt mal in die einstellungen also android system läuft hier drauf man kann hier ja über so ein menü sich verschiedene sachen hier einstellen lassen wir es mal anzeigen lassen screenshot oder video video nehme ich jetzt parallel schon auf damit ihr das ganze viel besser hier einblenden kann die befinden uns jetzt in einstellungen ich gehe mal hier unten hin sprachen werden unterstützer durch die gängige sprachen englisch deutsch französisch und alle weiteren hier auch wie ihr seht also das ding hat schon viele sprachen integriert und ja 24 stunden modus einstellen metrische einheiten ja nein kann man hier alles einstellen lassen hier in dem punkt werden screenshots und video also bildschirmaufnahmen gespeichert und hier kommen wir dann in das eigentliche einstellungsmenü und hier sehen wir auch schon die eine oder andere ja nicht perfekte übersetzung zum beispiel auf englisch gebaut ist jetzt hier in um benannt worden ich gehe darauf und wir sehen ich bin in der version 1.2 also damit ihr wisst mit welcher version ich arbeite das ist die aktuell aktuellste verfügbare habe ich aktualisiert das ist auch super einfach man ja geht dann auf aktualisieren dann sucht er sich die ganzen software pakete raus und dann könnt ihr entscheiden ob ihr alles aktualisiert haben wollt oder nur einen gewissen teil aktualisiert haben wollt und ja das gerät verfügt über 32 gigabyte speicher 16,3 reise noch verfügbar und falls das nicht ausreichen sollte haben wir hier noch eine micro sd karte mit der wir das ganze dann erweitern können ich habe mal sage ich mal mit den einfachen sachen an und dann steigen wir uns also reparaturinformationen was deckt das gerät ab also abwechsliste lernen sind ein paar informationen drin videos sind ein paar videos hinterlegt ob die fehler bibliothek ich tippe jetzt mal p 1000 ein und dann schauen wir mal nach was passiert p 1000 gibt es bei verschiedenen auto herstellen wie wir sehen ich will jetzt mal fort aus und sehen wir was die fehler p 1000 denn bedeutet also man kann hier die fehler kurz direkt nachschauen wir sind hier in den verlauf mit welchen autos war ich denn schon verbunden wir sehen hier dateien hier können wir noch mal reingehen und sehen unterschiedliche dateien für dieses spezielle auto wir können uns berichte erstellen lassen zeige ich euch gleich pdf sowie andere dateien wenn ich hier abgelegt kommen wir jetzt zu den wichtigeren sachen nämlich obd obd ist das allgemeine grundlegende protokoll auto ist an motor läuft wie ihr vielleicht hört und jetzt verbindet er sich per obd protokoll mit dem auto wie ihr seht ganz viele protokolle werden schon unterstützt er sagt uns jetzt dieses protokoll ist jetzt ja das richtige für das auto acht module sind bereitschaft datenströme unterstützt 121 also 121 datenströme könnten wir per obd prinzipiell auslesen ob es denn nachher funktioniert ist eine ganz andere sache obd wie gesagt allgemeines protokoll kann muss nicht funktionieren ich gehe jetzt einfach mal auf live daten lesen und versuche jetzt per obd mal irgendeinen fehler hier auszulesen beziehungsweise nicht fehler sondern einen wert auszulesen und wir sehen scheint zumindest mal für diesen wert hier zu funktionieren klasse also wie gesagt obd funktioniert man kann sich ja auch hier ein bericht erstellen lassen so sieht das ganze ein aus mit diesem parameter als pdf abspeichern und dann speichert das ganze hier als pdf ab können also dann auf dem pc übertragen und haben dann diesen wert dann ja schön als protokoll mit protokoll datei hinterlegt obd wie gesagt ganz allgemein können viele programme aber ja es geht ja um die fahrzeug spezifischen werte die uns interessieren und hier gehen wir oben links auf scan ich sage ich erst mal welche automarken unterstützt werden also europa unterstützt werden audi alfa romeo bmw bugatti ferrari ford jaguar land rover opel porsche renault smart skoda volvo volkswagen also alle namhaften hersteller werden hier unterstützt ich mache es einfach und gehe auf auto search dann soll er sich mit dem auto verbinden rausfinden welches auto ist es und das geeignete protokoll für diesen hersteller für diese marke raussuchen und dieses protokoll verwenden denn nur dann können wir tatsächlich auf die einzelnen module auf die einzelnen services denn zugreifen wie ihr seht er hat das auto gefunden lädt jetzt die entsprechenden informationen aus seiner datenbank herunter und verbindet sich dann mit dem auto ich gehe es hier noch mal auf auto suche weil aktuell weiß er nur es ist ein fort mehr nicht zündung ein jahr zündung ist ein und jetzt suchte noch mal im detail um was für ein fahrzeug es sich handelt blend er uns ein wir bestätigen ob es tatsächlich dieses fahrzeug ist ja jetzt weiß also fort focus welches baujahr welches welcher motor verbaut ist und 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 wir gehen jetzt einfach mal in den schnelltest rein jetzt überprüfte die ganzen services die hier durch dieses gerät abgedeckt sind und zeigt uns auch an ob fehler hinterlegt sind wie ihr seht alles soweit okay keine fehler wenn fehler da wären hätten wir sie hier löschen können jetzt kann ich mir hier auch noch mal einen bericht erstellen wie ihr seht so sie das ganze denn aus ist alles okay ist kann das ganze als pdf abspeichern wenn ich möchte ja wie wir ihn mal system auswählen aus und hier sehen wir dann die systeme die unterstützt werden ich gehe jetzt mal auf pc m jetzt verbindet er sich mit dem pc m und dann habe ich ganz viele möglichkeiten ich kann also die version auslesen ich kann fehler auslesen ich kann fehler löschen aber ich kann und das ist das interessante datenströme lesen da gehen wir jetzt auch mal rein und lesen mal ein paar datenströme es sind unzählige datenströme ich komme schnell durch und euch zu zeigen wie das ganze denn hier aussieht also einige sachen sind natürlich richtig übersetzt einige sachen sind nicht übersetzt noch auf englisch wie ihr seht wenn man jetzt einfach mal fahrpedalsensor klicke ich jetzt einfach mal an schauen wir uns gleich mal an ich scroll einfach mal durch wie ihr seht unmengen an daten die wir uns im prinzip auslesen könnten kraftstoff stand kraftstoffpumpe luftdruck motor umdringen pro minute was haben wir denn hier noch motor öldruck manchmal motor öltemperatur wenig auch einfach mal aus wie ihr seht hier geht es noch weiter und wir sind nur im pc m jetzt also wie viele sachen hier unterstützt werden startstopp sperre bremsuntertrunk elektrische festschritt bremse fahrradtür offen also falls ihr probleme mit start stopp habt könnt ihr hier die ganzen sachen auswählen und euch dann anzeigen lassen wie der aktuelle wert ist um überhaupt start stopp zu ermöglichen ich habe jetzt ich kann ja noch weiter scrollen ich bestätige das ganze jetzt also die drei sachen die ich ausgewählt habe zeigen wir uns jetzt mal an also fahrpedalsensor sehen wir einen minwert und einen max wert das ist der gemessene wert der er aktuell gemessen hat als minwert und max wert links den faden sehen wir einen bereich in dem er sich quasi normalerweise befinden sollte wenn alles okay ist also wir sehen fahrpedalsensor 1 0,8 volt und richtig ist zwischen 0 und 5 volt ich drücke einfach mal aufs gas mal gucken was passiert wie ihr seht das geht hoch also minwert 0,81 gemessen maximal wert jetzt 154 immer noch wir bewegen uns zwischen 0 und 5 alles gut motor öldruck 284 und gerade immer weiß aufs gas gedrückt habe ist er hoch gegangen auf 432 die einheit können natürlich hier auch ab ändern wie ihr seht unterschiedliche einheiten lassen wir so wie es ist motor öltemperatur aktuell 86 grad celsius normalbereich minus 20 bis plus 120 grad also auch hier sehen wir motor öltemperatur können wir auslesen per gerät wird also schon in den eigentlichen modulen mit getrückt leider leider zumindest mal stand jetzt kriegen wir die motor öltemperatur nicht in unseren bordcomputer aber hiermit kann ich sie zumindest mal auslesen also eine fehlerdiagnose machen und was man auch noch machen kann ist man kann sich diese daten aufzeichnen lassen hat man also ein problem hat eine vermutung wo es denn liegen kann kann ich mir damit gezielt die daten oder die datenströme dann rauspicken aufzeichnen eine probefahrt machen und dann sehe ich entweder schon während der fahrt dass die daten irgendwie nicht stimmig sind sich nicht im normalbereich befinden und wenn sie wenn ich das ganze aufzeichnen kann ich dann auch zu hause mir noch mal die daten anzeigen lassen und dann noch mal genauer mir ja die daten analysieren ich habe jetzt circa eine halbe minute aufgenommen ich bestätige das ganze jetzt und gehe jetzt zurück wie gesagt das weiß ein modul oder ein service wo wir drin waren ich gehe jetzt mal raus sonst wird das video wie gesagt viel zu lange ihr könnt ihr andere module auch ganz ganz viele daten auslesen ich gehe jetzt mal auf datei und geht es mal auf mein auto und hier ist jetzt sind die daten die wir gerade aufgezeichnet haben ich mache alles auswählen bestätigen eine halbe minute haben wir aufgenommen und 233 datensätze hatte gespeichert ich drücke play und die werden dann im prinzip abgespielt also jede sekunde werden halt die daten hier aktualisiert entweder als numerischer wert sowie jetzt oder aber ich gehe hier oben auf combine und dann zeigte mir hier die daten an die er halt gespeichert hat hier eher unspektakulär weil die daten sich jetzt nicht geändert haben wenn ich jetzt lang genug warte dann ist es so dass gleich der wert sich ändern wird weil ich habe natürlich aufs gaspedal gedrückt und dann ändert sich dann auch der wert ich lasse es mal kurz laufen und dann sehen wir es auch gleich mal grafisch wie das ganze denn aussieht wenn ich hier auf graf gehen habe ich die einzelnen grafen die mich interessieren und wenn ich auf combine gehe das sieht einfach schöne aus weil es mit farben ist finde ich dort kann man dann ja sehen wie das ganze verläuft habe ich jetzt zum beispiel einen druck den ladedruck und macht dann eine fahrt beschleunige bremse ab sich also wieder wert schwankt und dann habe ich natürlich auch hier ein gezappel in dieser grafik ok gehen wir jetzt mal zurück und schauen uns jetzt noch das interessant an nämlich wartung und service reden der also am auto selber was machen möchte wartung und service auch hier bin ich natürlich nicht auf ein modell oder eine hersteller beschränkt sondern alle sind abgedeckt ich habe also diese möglichkeiten hier mit diesem gerät ja den service durchzuführen ich kann also die service stellung der elektrischen parkbremse öffnen um natürlich meine bremsbeläge bremscheiben zu wechseln abs bleeding wenn ich jetzt also die bremsflüssigkeit wechsel und möchte sie entlüften kann ich es damit machen diese partikelfilter kann ich eine manuelle regenerierung anstoßen habe ich denn das öl gewechselt kann ich jetzt hier auch den den das ölintervall zurücksetzen probleme mit dem reifendruckkontrollsystem kann ich auch hier lösen indem ich das ganze mal wie sette und dann noch mal neu anlernen lasse habe ich probleme mit dem lenksensor hier kann ich das ganze auch noch mal hier wie setten noch mal neu nachjustieren und natürlich mit der trossel klappe die kann ich hier auch noch mal quasi resetten und noch mal neu anlernen lassen gut wie ihr seht ganz viele funktionen und vor allem sehr sehr klein sehr handlich nicht wie ein laptop der groß ist sperrig dann schaue ich immer wo ich den sitz hier platzieren muss hier zeige ich mir einfach meine daten an die mich jetzt interessieren kann das ganze hier vorne an die windschutzscheibe einklemmen kann meine probefahrt machen und sehe also schon während der fahrt die daten ohne jetzt irgendwie meinen blick abwenden zu müssen also klasse gerät verlinke ich euch wie immer unten in der video beschreibung und auf meiner internetseite ja schaut es euch einfach mal an ob das vielleicht was für euch ist vor allem wenn ihr halt am auto was machen wollt und mehrere fahrzeuge habt mehrere unterschiedliche modelle vielleicht auch bei freunden irgendwas machen wollte jetzt keinen forthaben ist dieses gerät eigentlich eine sehr coole alternative und sehr praktisch gut das war's zu diesem thema zu diesem gadget hier ich hoffe wie man das video hatte ich gefallen wünsche euch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ciao